Du willst keine Storys mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Ich will es nicht einfach spülen, sondern es ist schon ein bisschen mit Romantik. Also genau, wovon ich spreche, das ist eine Kunst. Frag Zoe nach. Ist das eine Kunst, Zoe? Das ist eine Kunst, weil wenn du das sauber machst, dann musst du schon vernünftig ein bisschen in alle gehen und so. Deswegen weiß ich auch, wovon ich spreche. Im letzten Story gelöst habe ich Betracht geschrieben. Das ist dann, wenn ich technisch so nervös bin, weil das so technisch aufregend ist. Deswegen, ich meine, ich betrachte am Ende, also nicht woran, ne? Aha! Ja, ich habe ein bisschen erschrocken, dass du da stehst, ey! Bist du bescheuert oder was? Scheiße, da sind Leute hier zusammen! Wie ein Baller ist das? Na, äh, 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 äh. Ist der blöde Turm da? Wollen wir den mit dem Baller abschießen? Oh! Wenn du willst, dass ich den Ball wegschieße, dann musst du mir den nicht immer klauen. Ja, ich schieße den doch weg! Hör doch auf zu schreien, Herrgott! Sitz! Sitz! Mors runter! So! Ball ist jetzt weg! Feierabend! Kannst du woanders mitspielen? Such Schmetterlinge oder was? Einmal noch! Oh, der geht aber zum Nachbarn! Ups! Ja, wir holen den Ball doch! Wollen wir so lange mit dem Stock? Ja, wir spielen so lange mit dem Stock! Komm her! Was ist das denn? Oh Gott! Was ist das denn? Ja! Renn da wieder mit weg, damit ich den nicht wegwerfen kann! Der Torben kommt! Der holt deinen Baller! Schnell! Na, Herr Mieter! Man möge den Ball hergeben! Sitz! Sitz! Aha, hier ist dein Bonner. Und weg ist er. Oh Gott, die jungen Wilden. Ja, ich schieße ihn ja weg. Er ist so verrückt nach bellen, das ist nicht mehr normal. Du bist das liebe Mädchen, ne? Du bist noch vernünftig, ne? Du bist noch, ja? Genau. Was stimmt mit euch beiden nicht? Und wie kann man vor allem jedes Mal aussehen wie der schlecht gelaunteste Braunbär der Welt? Fiete, das ist unglaublich. Und du freust dich immer. Was stimmt hier? Wasest du für diese Ballen? Ich weiß nicht, was ich. Aber was ist das affmfficient? Wer gegangen ist, was ich? Was ist doch mRNA? Wie kam uns zuvor?